Kennst du Modern Talking, die Band, Modern Talking? Yes, I do remember them. Ja, ich erinnere mich. Sie sind ja schon getrennt seit einiger Zeit. Könntest du was singen? Soll ich sie auch singen? Oder könntet ihr ihr noch ein bisschen erklären, was Modern Talking ist? Ihr seid doch groß geworden damit, David. Ich bin raus. Ich bin raus. Was ist Modern Talking? Er erklären wir es. Irgendwas zwischen Brother Louis und... Und Cherry Cherry Lady. Und You're My Heart. You're My Soul. Also ihr kennt die Sachen doch, ne? Ja, klar kennt man sie aber auf der einen Seite. Es ist schwierig das zu erklären. Also es ist schon sehr, sehr prägnante Rhythmen. Mit einem eigentlich sehr einfachen Harmonic Pattern. Aber es hat funktioniert. Und nach wie vor riesig in Russland glaube ich auch. Wahnsinn. Tatsächlich ist es so, Miriam hat das gesagt. In Russland eine ganz große Nummer. Dort war Modern Talking sogar mal in einem Schulbuch drin. Einfach weil es den Musikgeschmack einer ganzen Generation geprägt hat. Wir können ja mal ein Foto zeigen. Guck mal, das ist Modern Talking. Der Herr rechts im gelben Schrampler. Look at that outfit. Nicht schlecht, ne? Unglaublich. Der Herr rechts müsste jetzt ein, sagen wir, da sein bei einem befreundeten Sender in Köln. Und der links, der hat es sogar zum Professor geschafft. Thomas Anders ist ehrenhalber Professor der Universität von Kiew. Eben weil Modern Talking den Musikgeschmack einer ganzen Generation geprägt hat. Und das ist vielleicht bei Ihnen nicht anders. Hier ist Thomas Anders mit einem Modern Talking Medley. Thomas Anders! Und das ist eine große Herausforderung. Und das ist eine große Herausforderung. Thomas Anders! Wir gehen mit einem Notfall. Und das ist eine große Herausforderung. Er wird jetzt noch eine große Herausforderung. Schwer, Schwerh, Schwerh Lady. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017